Jo was geht Leute und heute zeige ich euch da draußen wirklich wie ihr Fortnite auf der PS4 in einem gestretcheden Format oder einfach in einer gestretcheden Auflösung spielen könnt. Und das ist wirklich kein Klickbait, hier oben ist mein Video verlinkt, dort habe ich euch ja eigentlich erzählt, dass das wirklich nicht geht, also dass man nicht Fortnite in einer gestretcheden Auflösung auf der PS4 wirklich spielen kann. Ja Leute, dem ist aber tatsächlich nicht so, denn ein Abonnent hat mir auf Instagram einfach mal ein Video geschickt, ein Handyvideo, wo er wirklich ja Fortnite in einer gestretcheden Auflösung spielen konnte. Der Link zu diesem, ja zu diesem YouTuber ist auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung verlinkt, deswegen geht unbedingt mal nach diesem Video runter in die Videobeschreibung und checkt auf jeden Fall diesen YouTuber ab, denn ohne ihn wäre das ganze Video echt nicht zustande gekommen. Und du kannst gerne meinen Kanal auch jetzt mal abonnieren, falls du irgendwie schon andere Stretched Videos von mir gesehen hast und mir noch kein Abo da gelassen hast, dann kannst du das auf jeden Fall mal jetzt tun. Und wenn du gleich dabei bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du dann auch die Glocke aktivierst, denn ohne Glocke, wie ihr wahrscheinlich schon alle wisst, funktioniert auf YouTube gar nichts. Meinen Supporter Creator Tag kannst du auf jeden Fall auch in Fortnite im Supporter Creator Programm eingeben, das würde mich sehr, sehr freuen. Dieser lautet nämlich farr-gaming und dann ist der ganze Support schon getan von euch. Jetzt würde ich schon sagen, geht's hier direkt mal mit dem Video los. Leute, bevor dieses Video hier aber beginnt, wollte ich euch da draußen nochmal ganz schnell und kurz eine Webseite vorstellen namens randomspin.com und den Link zu dieser Webseite, den findet ihr auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, deswegen vergesst auf gar keinen Fall hier nach diesem Video diese Webseite abzutecken. Und Leute, und auf dieser Webseite angekommen, kann man sich hier erstmal registrieren, also man muss ganz schnell, das geht wirklich ganz schnell, hier gibt man schnell einen Benutzernamen ein, ein Passwort, dann die E-Mail-Adresse und dann muss man nochmal das ganze Passwort bestätigen. Und hier nochmal hier Recapture, ich denke, das kennt ihr alle, dass man natürlich kein Roboter ist. So, ich mach das Ganze und wir sehen uns dann direkt mal wieder, wenn ich mich hier schnell registriert habe und ja, bis gleich. Leute, ich bin jetzt hier auf randomspin in meinem Account drinnen und ich gehe jetzt hier einfach mal auf Case öffnen, um euch das Ganze ein wenig zu demonstrieren. Man hat am Tag, wie gesagt, wirklich drei kostenlose Cases. Hier, ich öffne jetzt einfach mal so ein Case und mal gucken, ob das Ganze jetzt funktioniert. Ich öffne jetzt hier mal ganz kurz das Case und bekomme, ich bin ganz gespannt, Leute, ich bekomme einfach Coins. Und zwar bekomme ich jetzt, Leute, ich bekomme zehn Coins und ich kann jetzt wirklich noch zwei weitere Cases öffnen, ist ganz nice. Und ab einer bestimmten Anzahl an Coins könnt ihr diese dann einfach in, ja, Guthaben oder Gutscheine umwandeln. Zum Beispiel in eine iTunes-Card, Google Play-Card, Steam-Guthaben, Paypal-Guthaben, Paysafe-Card oder auch Amazon-Gutschein. Das ist ganz verschieden. Und es gibt demnächst, also diese Website erweitert sich natürlich auch und demnächst, ähm, hab ich erfahren, dass man da auch PS4-Karten bekommen kann. Also, ähm, eigentlich ist es das, ist es eigentlich die perfekte Seite für euch, deswegen, ähm, checkt sie unbedingt mal ab. Ich öffne, ich öffne hier nochmal ein paar weitere Cases. Ich öffne jetzt noch meine zwei weiteren Cases, die ich ja jeden Tag bekommen habe. Und, ähm, jetzt let's go und wir gucken mal, was ich jetzt hier bekomme. Na klar, es können auch Nieten drin sein, aber ich sag mal, größtenteils sind wirklich nur Coins drin und Gewinne. Und ich hab jetzt hier wieder fünf Coins erhalten, das ist mega, mega nice. Ich hab jetzt insgesamt schon 15 Coins. Ich kann jetzt hier noch ein normales Case öffnen. Und was ich nochmal ansprechen wollte, ist einfach, dass das Ganze wirklich zu 100% kostenlos ist. Also, man muss jetzt kein Geld ausgeben, damit man irgendwelche Coins bekommt. Das wäre ja auch eigentlich ein bisschen unlogisch, weil man, äh, ja eigentlich für die Coins dann Guthaben bekommt. Also, ähm, das Ganze ist kostenlos. Ich stehe auch zu 100% hinter dieser Website. Ich hab jetzt hier auch bei meinem letzten Case mal eine leere Schachtel gezogen. Gibt es natürlich auch mal, aber ich meine, ich hab zwei von drei Kisten. In zwei von drei Kisten hab ich auf jeden Fall was gezogen. Und ich kann euch diese Website, wie gesagt, nur empfehlen. Und checkt sie unbedingt nach diesem Video ab. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß hier mit dem weiteren Video. Und, ja, let's go. Leute, bevor wir aber mit diesem Handy-Video von meinem Zuschauer beginnen, wollte ich euch da draußen nochmal klar machen, dass das Ganze nicht so krass gestretched ist, wie zum Beispiel die Auflösung 1080x1080. Dem ist nicht so. Man kann klar erkennen, dass der Screen auf jeden Fall in die Breite gezogen wurde. Aber, ähm, das ist halt nicht so krass gestretched, wie zum Beispiel 4 zu 3 oder 1080x1080. Und was auch noch ganz wichtig zu sagen ist, dass es wirklich nicht bei allen Monitoren oder Fernsehen funktioniert. Ähm, er wusste auch nicht ganz, woran es liegt. Er hat mir nur mal in die Kommentare geschrieben, dass er persönlich einen 16 zu 10 Monitor besitzt oder einen 16 zu 10 Fernseher halt. Und dass es bei ihm halt funktioniert hat. Und bei seinem Freund hat's auch funktioniert. Dieser besitzt auch einen 16 zu 10 Monitor beziehungsweise Fernseher. Bei seinem Bruder hat's aber nicht funktioniert. Das war ganz komisch. Der besitzt nämlich einen 16 zu 9 Monitor. Ich weiß nicht, woran es wirklich liegt. Ähm, warum man wirklich das jetzt hier nur auf 16 zu 10 einstellen kann. Ich bin überfragt, Leute. Ich hab das Ganze natürlich auch mit der PS4 meines Bruders auf unserem Fernseher ausprobiert. Das Ganze ging auch nicht. Aber wie ihr hier gleich im Handy-Video sehen könnt, ist das wirklich auf der PS4. Und er hat auch keinen Controller irgendwie an dem PC angeschlossen. Angeschlossen muss los. Oder ähnliches. Ne, er hat wirklich, ähm, das auf der PS4 gemacht. Und keinen Controller an dem PC angeschlossen. Und das Ganze auf der PS4 gestretched. Weil wenn man wirklich ein Controller-Spieler ist und sich ein bisschen vor der Tastatur fürchtet, dann kann man auf jeden Fall auch auf dem PC wechseln, wenn man tatsächlich einen zur Verfügung hat. Und dann kann man ja dort einfach den Controller anschließen und das Ganze easy stretchen. Deswegen, falls es bei euch nicht geht, könnt ihr auf jeden Fall in der Familie euch umschauen, ob da irgendwie noch ein PC rumsteht, der nicht benutzt wird oder kaum benutzt wird. Oder den ihr einfach benutzen dürft. Und, ähm, dann könnt ihr das auf jeden Fall dort einstellen. Hier oben ist nämlich mal das Tutorial für die Nvidia-Grafikkarte verlinkt. Also, falls ihr irgendwie dann euch wundert, äh, yo, ich weiß jetzt nicht, wie ich es auf dem PC einstellen kann. Oder so, hier oben ist das Video verlinkt. Ich würde jetzt mal sagen, hier, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt hier direkt mal mit diesem Handy-Video an. Und, ja, let's go. Und man kann schon sehen, dass dieser, ja, dieser Zuschauer instant mal in die PS4-Einstellungen geht. Und, ähm, das könnt ihr hier jetzt mal sehen. Und dann scrollt er ein wenig runter zu Sound und Bildschirm. Ihr könnt das hier gleich mal sehen. Hier, Sound und Bildschirm. Ich denke, ähm, das kennt ihr alle. Und dann geht ihr auf Audio-Ausgabe-Einstellungen. Geht dann auf Auflösungen. Und dann gibt es eine ganze Reihe. 420p, 720p und 1080p natürlich. Das, denke ich, kennt ihr alle. Ich meine, 480p natürlich. So, und, ähm, er switcht hier rum, wie ihr sehen könnt. Und, ähm, probiert oder zeigt euch den Unterschied zwischen den anderen Auflösungen. Ihr seht das Ganze hier. Ähm, und ihr wechselt jetzt hier nochmal gleich, äh, zu, ähm, hier zu 480p. Und ihr könnt sehen, dass das Ganze hier gestretched ist. Es ist, Leute, ihr könnt sehen, dass es wirklich auf der PS4 gemacht wurde. Und das kann man zum Beispiel erkennen, ähm, weil er in die PS4-Einstellungen gegangen ist oder so. Das würde ja beim Fake natürlich nicht gehen. Und ihr könnt wirklich sehen, dass das wirklich real ist. Und dass man das wirklich schaffen kann oder einstellen kann. Ihr könnt hier nochmal sehen, 1080p schaut so aus. Also, das ist die ganz normale Einstellung. Und, ähm, man hat einfach gesehen, dass, äh, 480p, das ganze Bild, in die Breite gezogen wurde. Ich denke, das habt ihr alle gesehen. Und was ihr jetzt einfach mal machen könnt, ihr könnt, ähm, jeden Monitor oder jeden Fernseher bei euch da draußen, ähm, ja, ausprobieren. Und bei welchem es klappt, ist auf jeden Fall nice. Bei welchem nicht, kann ich halt wirklich auch nichts machen. Aber, ähm, es ist immer noch nicht klar, bei welchem Ganzen das funktioniert. Wie gesagt, wir haben ein bisschen herausgefunden, dass das wirklich auf 16 zu 10, ähm, Monitoren fast schon safe klappt. Ich werde euch auf jeden Fall auch unten in die Videobeschreibung einen Link packen. Einen Amazon-Link, wo ihr dann wirklich den Monitor von diesem Zuschauer einfach mal anschauen könnt. Und falls ihr irgendwie mit eurer Familie zurzeit beschließt, einen neuen Fernseher oder Monitor zu kaufen, dann könnt ihr auf jeden Fall euch möglicherweise für diesen entscheiden. Das ist wirklich hier keine Produktplatzierung für diesen Fernseher oder so. Ich meine, bei dem funktioniert es wirklich zu 100%. Und, ähm, falls ihr euch wirklich in der, in der nahen Zukunft dazu entscheidet, ähm, euch irgendeinen neuen Monitor anzuschaffen. Wirklich, ich würde euch nicht empfehlen, nur wegen jetzt Stretch euch einen neuen Monitor oder gar einen Fernseher anzuschaffen. Ich würde es euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich, äh, euch noch nicht im Klaren seid, was ihr in der Zukunft hier für einen Monitor haben möchtet und euren Eltern das eigentlich ziemlich egal ist. Dann würde ich euch vielleicht mal empfehlen, mit euren Eltern zu reden, falls, äh, diese halt in der Zukunft haben, einen neuen, ja, Monitor zu kaufen, Leute. Und das war es jetzt hier tatsächlich schon mit diesem ganzen Tutorial. Ich würde es euch nochmal, ähm, kurz erklären. Und zwar geht ihr einfach in die PS4-Einstellungen, geht dann zu Sound und Bildschirm und dann einfach auf, ja, Format. Und dann könnt ihr auf jeden Fall die ganzen Formate oder Auflösungen, ja, ändern. Also es gibt, äh, 480p, es gibt 720p und es gibt 1080p. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, ja, dann 480p mal auszuprobieren, Leute. Ich weiß nicht, ob es wirklich bei jedem von euch klappt. Mich würde jetzt noch persönlich sehr interessieren, ob es bei euch da draußen geklappt hat. Und wenn ja, mit welchem Monitor, also 16 zu 9 oder 16 zu 10. Lasst es mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen. Und, ähm, falls ihr noch den Link, äh, zu eurem Monitor auf Amazon oder auf einer anderen Website findet, dann, äh, kommentiert gerne mal mit diesem Link. Denn, äh, dann schaue ich mir mal ein paar, ja, Links an oder ein paar Monitore von euch. Und ich verspreche euch, ähm, irgendwann, äh, lüften wir mal das Geheimnis, bei welchen Monitoren das Ganze klappt. Und bei welchen nicht. Also, unsere Vermutung ist, dass es bei 16 zu 10 Monitoren echt zu 100% klappt. Aber bei 16 zu 9 Monitoren wahrscheinlich nicht. Ich habe ja, wie gesagt, ein 16 zu 9 Fernseher und bei mir klappt das Ganze nicht. Ich bin mal gespannt auf eure Ergebnisse, deswegen kommentiert mal fleißig. Lasst deswegen auch mal deine Freunde hier gerne mal von diesem Video hier teilhaben. Und den Link zu dem Kanal, der mir hier das ganze Video zur Verfügung gestellt hat, den packe ich euch auch mal unten in die Videobeschreibung. Also geht mal gerne auf den Kanal, abonniert ihn, falls euch, ähm, sein Content gefällt. Und geht mal auf jeden Fall auf das letzte Video von ihm und kommentiert irgendwie mit Hashtag Ehrenmann oder wir kommen von F.A.R. Gaming oder irgendwie so. Das würde uns beide auf jeden Fall mega, mega freuen. Meinen Kanal kannst du auf jeden Fall auch noch gerne kostenlos abonnieren. Und wenn du gleich dabei bist, ähm, aktiviere mal gerne die Glocke. Denn ohne Glocke funktioniert wirklich auf YouTube gar nichts. Du bekommst keine Benachrichtigungen mehr zu Skin-Kombis oder zu neuen Stretch-Videos oder ähnliches. Deswegen, ähm, aktiviere unbedingt die Glocke, falls du dies noch nicht getan hast. Ähm, ich würde mich noch sehr freuen, falls du wirklich meinen Creator-Tag in Fortnite eingibst. Dieser resettet sich tatsächlich jede zwei Wochen. Deswegen kannst du jede zwei Wochen diesen Tag erneut eingeben. Dieser lautet, wie gesagt, äh, nochmal F.A.R. Bindestrich Gaming. Häng alles zusammen. Und, äh, dann unterstütze mich tatsächlich mit jedem getätigten Kauf. Ich spare zur Zeit auch auf einen neuen PC. Und wenn ich diesen wirklich hab, dann gibt's einfach unglaublich fette Streams wieder. Ich persönlich freue mich auch immer sehr über euren Support. Wirklich jeglicher Art. Das, ähm, unterstützt mich einfach so krass. Und, äh, ich kann euch nur raten, äh, behaltet das auf jeden Fall alle bei. Denn, äh, ich finde, gönnen ist was ganz Wichtiges für mein Leben. Und damit wir euch schon sagen, vielen, vielen Dank, dass du wirklich bis hierhin dran geblieben bist. Ja, haut rein und, äh, Peace! Ja, haut rein und, äh, Peace!